In einem Land, in dem du eine Internetqualität hast, wie irgendwo in Zentralafrika. Und ich entschuldige mich jetzt schon für Leute in Zentralafrika, weil dort ist es wahrscheinlich deutlich besser, als ich das jetzt gerade behaupte. Aber bei uns ist ja, wenn du mit dem ICE von, keine Ahnung, der Schweiz oder so über die Grenze nach Deutschland rüberfährst, in dem Moment, wo du drüber bist, ist dein Internet am Arsch.